Kapitel 3 Die Fehlgestalt Fandas Sicht Als wir wieder nach Hause liefen, wirkte Fade immer noch sehr glücklich. Alles war genau nach Plan verlaufen. Mir war schon klar gewesen, dass G genauso neugierig über Fades Geschichte wäre, wie ich es war. Außerdem, auch wenn er nach außen wirklich rau wirken kann, war er schon immer ein freundliches Pokémon. Ich hatte bereits erwartet, dass er Fade dazu auffordern würde, mit mir zusammenzuarbeiten. Nun, wo das Wichtigste geklärt war, wollte ich ihr beibringen, wie man die Sklaven am besten bekämpfen kann. Wir brauchten nur ein paar Minuten, um wieder nach Hause zu kommen. Und als wir um die letzte Ecke liefen, sah ich ein Pokémon an meiner Haustür stehen. Fade schien vom Anblick des seltsamen Wesens sehr verwirrt. Ich grüßte ihn jedoch einfach. Hey, SD, auch wieder da? Er wirkte ziemlich froh, als er mich sah. Wenn das nicht mein bester und einziger Freund Fanda ist. Wie geht's? Wie steht's? Als ich mit meinem Freund, dem lila Wulpix, sprach, merkte ich, wie Fade sich hinter uns auch näherte. Komm schon, Fade. Du musst keine Angst vor ihm haben. Sie wirkte zwar sehr unruhig, jedoch trat sie nun neben mich. Wer bist du denn? Hast du etwa ein Mädel aufgeschnappt, während ich weg war? Vermutlich lief ich genauso rot an wie Fade. Nein, wir kennen uns erst seit rund einer Woche. Wir sind nicht zusammen. SD begann zu lachen. Naja, zumindest war ich überzeugt, dass dieses eigenartige Geräusch ein Lachen sein sollte. Als Uneingewalter würde man sich vermutlich Sorgen machen, dass er gerade am Ertrinken wäre oder etwas ähnliches. Fade sah mich an. Sie verstand genauso wie die meisten nicht, was mit ihm los war. Du weißt es dich nur auf, zieh, Kumpel. Aber im Ernst, wer bist du, Wulpix? Zum ersten Mal in der Anwesenheit meines einzigen Freundes sprach sie. Mein... mein Name ist Fade. Ich bin heute der Polizei beigetreten. Wieder lachte das eigenartige Pokémon. Kein Grund, so nervös zu sein, Fade. Alle Freunde von Wanda sind auch meine Freunde. Bei der Menge ist das auch relativ einfach zu handhaben. Aber wie habt ihr den alten G denn dazu überredet, dich beitreten zu lassen? Wäre das erste Mal, dass er ein Mädchen aufnimmt. Ich zögerte nicht, ihm alles zu erklären. Und jetzt ist sie den Polizisten beigetreten, um ihre Vergangenheit zu erkunden. Ich helfe ihr dabei. Zum ersten Mal heute schien es dir darüber nachzudenken, was er sagte. Also ist da kein hinter dir her, Fade. Mädel, ich will nicht wissen, wie du es geschafft hast, ihn so zu nerven. Ich meine, ich habe schon versucht, ihn so weit zu bringen. Aber ich habe es nicht hinbekommen. Wenn du dich erinnerst, dann sag mir Bescheid, okay? Fade kam offensichtlich immer noch kaum auf die sehr eigene Persönlichkeit des Wulpix klar. Ich konnte das auch komplett verstehen. Aber sobald man sich an Asti gewöhnt hat, ist er eigentlich sehr nett. Das ist einfach, wie er ist. Bitte frag mich nicht, warum er sowas macht, Fade. Niemand weiß das. Oft glaube ich, dass er das nicht mal selber weiß. Hey, natürlich weiß ich, warum ich da keine Nerven will. Nämlich, warum halt nicht? Ich schüttelte bloß den Kopf, als er wieder begann zu lachen. Unbekannte Sicht. Sie ist hier. Und sie hat schon ein paar tolle neue Freunde gefunden. Obwohl ich ihr befohlen hatte, es nicht zu tun. Ich habe ihr erklärt, was geschehen würde. Sollte ich ihr je begegnen und trotzdem... Sie wagt es trotzdem, mir zu widersprechen. Aber vielleicht kann ich die Situation ja nutzen, um... Fade Sicht. Mein neuer Bekannter verwirrte mich wirklich in jeder Form. Er wirkte zwar wie ein freundlicher und lustiger Geselle, aber gleichzeitig auch ziemlich durchgeknallt. Was mich jedoch noch mehr wunderte, war, was er über Fander gesagt hatte. War er wirklich ein derart einsames Pokémon? Wieso war das bei einem derart freundlichen Pokémon so? Es erklärte jedoch auch, warum ich nie von jemand anderem etwas mitbekommen hatte. Für den Moment entschied ich mich jedoch, dass es besser war, das Thema nicht weiter zu verfolgen. Da ich Angst hatte, ihn zu kränken. Stattdessen versuchte ich, diese unangenehme Debatte zu beenden. Es ist wirklich schön, dich zu treffen und alles, aber... Müssen wir das alles wirklich hier draußen besprechen? Fander wirkte etwas verlegen. Äh, natürlich nicht. Tut mir leid, ich war wohl etwas aufgeregt. Kommt rein, ihr beiden. Fander betrat das Haus, jedoch wurde ich gestoppt, bevor ich ihm folgen konnte. Von Esti. Hey, warte eine Sekunde. Ich würde gern kurz eine Sache unter vier Augen besprechen. Neugier packte mich und ich wollte erfahren, was er wollte. Nur eine ganz kleine Sache. Auf einmal begannen seine roten Augen zu glühen und sein Fell sah aus, als würde es brennen. Solltest du jemals auch nur ein einziges Mal meinem Kumpel wehtun, dann werde ich dich finden, egal wo du dich versteckst. Ich werde dich finden und dir mehr Qualen bereiten, als du dir je vorstellen könntest. Verstanden? Dieser plötzliche Auftritt machte mir wirklich Angst. Ja, verstanden. Sofort sah er wieder normal aus. Sehr schön, dann können wir, glaube ich, gute Freunde werden. Ohne auf eine Reaktion zu warten, trat er in Fanders Haus ein und ließ mich sprachlos stehen. Als ich mich von dem Schock erholt hatte, entschied ich mich, ihm zu folgen. Kaum hatten wir uns zusammengesetzt, fast befanden da die Situation zusammen. Also, unser Problem ist jetzt, dass wir nicht genug Raum für alle haben. Fade, du musst wissen, dass er es dir in der Regel hier bei mir übernachtet, wenn er gerade nicht reist. Weil er nie lange in der Gegend bleibt, wäre es in jeder Form eine Verschwendung, wenn er sich ein Haus kaufen würde oder sowas. Daher lasse ich ihn einmal hier bleiben. Aber jetzt, wo du auch da bist, haben wir nicht mehr genug Räume für jeden. Habt ihr Ideen, wie wir damit umgehen können? Der Gedanke, dass das Wulpix, welches mir gerade noch gedroht hatte, nun ein Mitbewohner sein würde, stimmte mich nicht so fröhlich. Ich wusste immer noch kaum etwas über ihn. Deshalb wusste ich auch noch nicht, was ich wirklich von dem seltsam gefärbten Pokémon halten sollte. Ich entschied für den Moment jedoch, dass er wohl in Ordnung sein musste, wenn Fanda ihm vertraute. Bevor ich jedoch überhaupt anfangen konnte, über das erwähnte Problem nachzudenken, präsentierte es die bereits seinen Ansatz. Ich glaube nicht, dass wir hier wirklich viele Optionen haben. Entweder müssen sich eben zwei von uns ein Zimmer teilen oder irgendjemand muss woanders bleiben. Und wenn ich an die Umsetzbarkeit denke, bleibt uns eigentlich nur Option 1. Wir haben kaum eine andere Wahl. Fanda dachte ebenfalls über diese Option nach. Ich fühlte mich nicht sonderlich wohl dabei, mir ein Zimmer teilen zu müssen. Es würde mich definitiv nicht umbringen, aber es würde seltsam und unangenehm werden, da ich beide nicht sonderlich gut kannte. Vor allem natürlich erst die nicht. Gleichzeitig wusste ich jedoch, dass in diesem Trio ich derzeit die Fremde war. Daher wäre es auch kaum sinnvoll, mich entscheiden zu lassen. Trotzdem fühlte ich mich etwas unwohl, als beide zwei im Entschluss kamen. Wir sind hier trotz allem immer noch in deinem Haus, Fanda. Du lässt uns nur hier bleiben. Die einzig faire Option wäre es, wenn ich und fällt uns ein Zimmer teilen, meinst du nicht auch? Nein, meine ich nicht. Jedoch sprach ich meinen Gedanken nicht laut aus. Fanda wirkte auch etwas unsicher, wahrscheinlich mit einer Ahnung, was ich dachte. Naja, wenn das für dich in Ordnung fällt. Ich entschied mich dieses Mal nicht ganz bei der Wahrheit zu bleiben. Es würde nur Probleme machen und außerdem hatte es dir im Prinzip ja recht. Es war die faireste Option. Ja, es wird schon klappen. Fanda wirkte nicht sonderlich überzeugt von meiner Antwort, belies es aber trotzdem dabei. Na dann, ihr zwei solltet euch vermutlich etwas einrichten. Ihr solltet die Zeit nutzen, um euch etwas besser kennenzulernen. Ich denke, ich mache uns in der Zeit was zu essen oder so. Nun verließ er den Raum und ging in die Küche. Auch SD stand auf. Er nahm jedoch die Tür an meiner linken Seite. Mein... Unser... Raum. Ich folgte ihm, auch wenn ich immer noch nicht ganz glücklich über meinen neuen Zimmerkollegen war. SD's Sicht Nur kurze Zeit, nachdem ich den Raum, den wir nun teilen mussten, betrat, bemerkte ich, wie man mit Wulpix mir folgte. Auch wenn sie eindeutig versuchte, es zu verstecken. Ihr Unmut über meine Anwesenheit war mehr als eindeutig. Ohne zu sprechen, schob sie ihr... Bett zur Seite, damit wir genug Platz für einen weiteren Heuhaufen haben würden. Ich bemerkte die missgünstigen Blicke, die Feld mir oft zuwarf. Jedoch weigerte sie sich weiterhin zu sprechen. Vermutlich war es das Beste, die Stille zu brechen. Eine kleine Konversation würde das Eis vielleicht brechen können. Oder zumindest anschmelzen. Du kannst aufhören, mich so anzustarren. Ich weiß, dass du mich nicht hier haben willst, aber du musst trotzdem damit leben. Das weiß ich und das akzeptiere ich auch. Trotzdem muss es mir nicht gefallen, oder? Nein, aber es würde allen helfen, wenn du wenigstens versuchen könntest, deinen Unmut nicht so raushängen zu lassen. Erst wirkt es so, als würde sie ihre Sicht weiterhin verteidigen wollen, stoppte sich jedoch selbst. Es tut mir ja leid. Es ist nur... Woher weiß ich denn, dass ich dir vertrauen kann? Ich wünschte, ich könnte dir einfach vertrauen. Glaub mir, aber... Egal wie oft ich mir selber sage, dass es okay sein muss, wenn Phan da dir vertraut. Es klappt einfach nicht. Wenn das Problem ist, dass du mir nicht trauen kannst, dann beweise ich dir halt, dass du's kannst. Ich bin's ja sowieso gewohnt. Ihr Blick war dieses Mal nicht von Missgunst, sondern von Mitleid abfüllt. Es liegt an deinem Aussehen, oder? Wow, du denkst ja sehr schnell, nicht? Als wär's meine Schuld, dass ich so geboren wurde. Mein Zorn entging ihr natürlich nicht, daher versuchte sie mich zu beruhigen. Mach dir nix draus. Ich weiß schon, dass die meisten Pokémon in dieser Welt anscheinend Idioten sind. Mich interessiert nicht, wie du aussiehst, sondern wie du handelst. Also, lass uns einfach die Betten fertig machen und dann Phan da helfen, gut? Wir taten genau, was sie vorschlug. Und beim Abendessen merkte ich bereits, dass Feld mir gegenüber bereits deutlich sicherer und offenherziger wirkte. Obwohl ich eigentlich nichts dafür getan hatte? Dieses Mädchen ist wirklich was Besonderes.